Natürlich kannst du nur Bilder hochladen, für die du die Rechte besitzt. Wir können nicht jedes einzelne Bild selber prüfen und kennen auch mögliche Absprachen nicht, die du mit dem Inhaber der Bildrechte getroffen hast. Ist dir eine Urheberrechtsverletzung aufgefallen? Informiere uns bitte. Falls du dir über die Verwertungsrechte deiner Bilder nicht sicher bist, berate dich vor dem Hochladen bitte mit einem Anwalt. Sogar bei selbstfotografierten Bildern hat man nicht in allen Fällen das Recht zum Verkauf. Kurzum, bitte stelle sicher, dass deine Bilder nicht gegen Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verstoßen.